Hallo, ich bin Stefanie Davies. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit mir gemeinsam heute ein HIT-Training absolvierst. Ganz kurz erklärt, was ist HIT überhaupt? HIT ist ein hochintensives Intervalltraining. Das heißt, zwei Trainingsarten werden hier kombiniert. Zum einen super anstrengende Übungen, aber auch mit Ruhephasen in abwechselnder Reihenfolge kombiniert. Im Umkehrschluss heißt das wiederum, du hast hier einen hohen Fettverbrennungsanteil bzw. die Übungen sind super effektiv. Also jetzt einfach perfekt nach den Feiertagen, um ins Sommerbody reinzukommen, in tolle Laune, in super Shape zu kommen und deswegen würde ich sagen, wenn du ready bist, mach dich bereit und let's go! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020